so freunde willkommen zu einem weiteren video von gemstone legends wir haben ein neues intro beziehungsweise es gibt neue beginnerevents und die will ich einmal ganz kurz vorstellen die laufen natürlich auch schon im hintergrund so ein bisschen mit das ist ganz praktisch da kann man zu dem was ich erzähle jetzt eben dann auch sich das video in dauerschleife dann immer mal wieder angucken und man erkennt es so wir sehen schon im hintergrund da läuft das erste event mit vigo aber wir gucken uns zuerst das auf der rechten seite an ja weil wenn man oder wenn du dieses spiel spielen möchtest weil dir das gefällt was ich bisher da auf youtube auch gezeigt habe und so weiter dann kannst du das mit dem link in der beschreibung runterladen ja das ist wichtig weil dadurch unterstützt du zum einen mich und zum anderen bekommst du natürlich dann auch gute startboni dir das dann ein bisschen alles vereinfachen ja und zum einen siehst du auf der rechten seite bekommst du einen epischen helden und das ist meralia ein super heiler der dir sofort natürlich weiterhelfen wird zusätzlich 500.000 münzen 10 manatränke 10 heilungstränke und 300 juwelen das ist praktisch die ingame währung ja und da muss das musst du einfach nur machen wenn das indem du dir das spiel über den link in der beschreibung download ist das kriegst du automatisch und dann sehen wir schon da kommt wieder unser vigo das ist nämlich das erste event was für die anfänger dann kommt ja weil man will ja den natürlich am anfang auch ein bisschen starthilfe geben dementsprechend gibt es nicht nur den einen epischen helden meralia sondern auch vigo und den kann man nämlich dann wenn man goldrollen öffnet dann in so kleinen splittern bekommen die zusammensetzen und dann hat man diesen helden das ist event nummer eins event nummer zwei man hat es gerade auch schon im hintergrund gesehen ist man kann ein sich ein volles set von vier sterne rüstung zusammen erspielen sozusagen ja das ist dann mit dem hauptattribut defensive gibt dir mehr durchhaltevermögen für deinen helden kannst du sogar direkt perfekt auch für vigo nutzen oder für meralia sie ist eine heilerin ist eigentlich eine super sache die dann natürlich auch auf def zu machen ja und das dritte event das ist relativ praktisch weil wir sehen es jetzt gerade im hintergrund für vigo muss man goldrollen öffnen das dritte event sehen wir gleich wenn die endlos schleife weiterläuft ja das dritte event ist nämlich so dass man im endeffekt mit den goldrollen das erste event direkt auch schon schaffen kann ja das ist also im endeffekt zwei eins sozusagen wenn wir es jetzt gleich noch mal sehen ich warte noch mal eben ein paar sekündchen ab dann wenn wir das auch sehen erhalte schrift rollen da besser ein artefakt besser zwei und so weiter besser auf 15 und dann kriegt man die goldrollen als belohnung da sehen wir sie ja und da kann man im endeffekt wenn man diese goldrollen öffnet arbeitet man direkt schon dass er sie wenn mit vigo dann auch noch ab das ist auch noch eine super sache die events damit man sich nicht wundert wann diese event stattfinden wird praktisch das erste event die gehen alle vier tage ja das erste event wird direkt dann starten am nächsten tag wird das zweite event starten und das dritte event wird dann am dritten tag starten so dass man im endeffekt bis oder nach sechs tagen alle events durch hat ja super sache direkt am anfang wird vollgas gegeben damit man alles so schnell wie möglich hat und so schnell wie möglich dann halt auch nutzen kann in den ersten vier tagen ist man aber das kommt dazu ist man von normalen oder von von spezielleren events die für anfänger noch ziemlich schwierig sind erstmal noch befreit ja also wenn es gibt events da muss man sehr viel fahren die werden jetzt nicht noch zusätzlich in den ersten vier tagen kommen wenn es ein event ist wo es um einen neuen helden geht das wird auch für neulinge verfügbar sein aber bisschen schwierigere events wenn zumindest nicht in den ersten tagen kommen damit das nicht zu viel wird direkt am start das vielleicht auch noch mal interessant wie die events aussehen das sehen wir halt wie gesagt in der dauerschleife deswegen habe ich die dauerschleife gemacht ja damit man sich das immer wieder mal vor augen führen kann aber im endeffekt ganz einfach das spiel downloaden und dann auch selber spielen und das war es auch schon wenn du dann das spiel über den link gedownloadet hast und sagst das gefällt mir dann bist du natürlich auch herzlich willkommen in eine von meinen allianzen beizutreten ja wir haben eine die generation zero das ist eine top 10 allianz in dem spiel wir haben die creation zero die auch ganz gut dabei ist und wir haben die ground zero das ist so für unsere anfänger da wirst du natürlich dann perfekt drin und perfekt auch für gemacht ja um da tipps und tricks zu kriegen wir haben line gruppen wir haben alles möglich wir haben wir haben ein discord channel und da gibt es massenweise an infos und natürlich auch eine hilfestellung deswegen viel spaß mit gemstone legends und ich hoffe wir sehen uns dann in einer von meinen allianzen bis dahin alles gute und dann sehen wir uns macht's gut so freunde willkommen zum krieg generation zero gegen in this together und wir sind dabei die kammer einzunehmen also let's go wir machen alle angriffe und geben unser bestes ich würde sagen wir versuchen auch die wir nehmen die stärksten raus müssen wir mal gucken natürlich auch sein dass dann dass die die so ein bisschen wecher besitzt haben dass wir theoretisch auch mit anderen helden reingehen können aber ich würde sagen wir gehen volle kanüle rein aber hier mal das ist ein starker gegner ja mal drauf gehen wir mit einem grünen team ich habe da so ein ein spezielles was ich da im pvp man nehmen aber jetzt hier ändern wir es doch tatsächlich ein bisschen um so und dann nehmen wir noch ein heiler mit das wird das wird aurora denke ich so oder eine andere farbe ne ne machen wir es doch oder so waffen nehmen wir auch mit wir machen das ganz geschmeidig vier helden vier waffen und dann gib ihm ja drauf geht's so ich würde direkt sagen wir gucken dass wir da auf den ähm blauen helden auf gabriela gehen gabrielle da so viel damage wie möglich erstmal machen so ok das war gut ich würde gerne helika raushauen helika ist nämlich extrem nervig mit dem mit dem heal dann jetzt haben wir da zwei grüne am start also bei uns zwei grüne hintereinander das sollte eigentlich für sie reichen machen wir das noch so vor allem gildor der müsste sie eigentlich raushauen ja sehr gut jetzt ist als nächstes der astral hält dran jetzt ist als nächstes der astral hält dran wir haben halt auch noch unsere waffen das hilft unser katapult noch das hilft natürlich auch also machen wir das so ok ah ja wir können wir können nur hier hinten hier baba jaga da betäuben was aber jetzt auch nicht funktioniert hat also machen wir plan b nehmen die ganzen steine da weg und gucken mal was dabei rumkommt naja sind natürlich die ganzen grünen weg warum auch nicht ok ok ich denke wenn wir das ohne waffen gemacht hätten dann wäre es deutlich deutlich schwieriger geworden das sollte da reichen ok jetzt haben wir hier die vier machen wir das so ich hab ja immer noch den narr drauf jetzt nicht mehr so hier nehmen wir auch noch ein paar lila steine weg so und jetzt sollte eigentlich na gut gildor ist eingefroren jetzt sollte er in der lage sein ja ok ok sehr gut gehen wir weiter ähm nehmen wir hier den das eignet sich gut für nekros ja weißt du was wir spielen nochmal mit grün hauen wir unsere grün weg so das sollte eigentlich reichen angriffswert bei allen ja machen wir es so nefra lassen wir uns einfach zum schluss wir gucken jetzt dass wir mit den grünen strivok rauskriegen allen der ist äh der ist gut im angriff da müssen wir mal gucken dass wir den ähm so rauskriegen also mit den waffen am besten im besten fall und dann gucken wir mal ich würde ihn jetzt eigentlich da auch gerne mal gucken ob wir den ein bisschen damagen können vielleicht nicht na doch wir müssen alle waffen machen wir das so und so und jetzt machen wir das katapult und gucken das killt nämlich schweißen betäubt ok das ist doch schon mal eine gute sache die darf jetzt ok dann gucken wir mal so betäubt und betäubt sehr gut bei ihm machen wir jetzt enorm viel schaden tschüss die werden wir jetzt auch rauskriegen so und ich habe ja auch noch eine waffe also ne kann man jetzt hätte man jetzt auch überlegen können keine waffen zu nehmen oder drei helden und eine waffe das ist hier tatsächlich alles möglich könnte man vielleicht auch überlegen das zu machen ich würde tatsächlich äh gucken dass ich die nächsten gegner hier rausnehmen um für die anderen so ein bisschen den weg zu räumen hier haben wir jetzt auch hier nehmen wir Nadja mit weil wir haben Brody da der ist ein bisschen unangenehm äh und dann nehmen wir blau mit wir müssen auch da mit Cyril mitnehmen dann nehmen wir sie raus dann nehmen wir sie raus wir machen Myra und Meralia ja können wir so machen Schrittrate Schrittrate wird erhöht ja ist ok wir gucken dass wir ähm den gelben Freund zuerst rauskriegen und dann schauen wir mal wenn wir den rauskriegen ist erstmal ist erstmal gut der ist nämlich echt scheiße den mag ich absolut nicht äh können auch direkt eigentlich das mal machen ok er ist betäubt sehr gut so dann fangen wir mal an Cyril ist wichtig den braue ich später für Akuma deswegen äh müssen wir da ein bisschen aufpassen dass wir den am Leben erhalten so dann gucken wir mal das war ja schon mal ganz ordentlich haben den Spott auch an das ist auch wichtig so er ist schon mal tot so jetzt kommt er wieder das ist dann der nächste wo wir dann drauf gehen wenn wir unseren Cyril haben na den gehen wir womöglich jetzt gleich schon wieder an vielleicht wird's ja doch gehen wir ruhig da nochmal drauf so wir heilen mal machen den Drachen an so und jetzt gucken wir mal ja perfekt 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 so um ihn kümmern wir uns jetzt damit er raus ist bevor er im optimalfall gewinnen heilen kann aber das wird glaube ich nicht passieren auch nicht mit der Waffe deswegen äh save ich mir die Waffe jetzt weil wenn es Cyril gewesen wäre der jetzt dran ist dann hätte ich es wahrscheinlich gemacht weil der macht massiven Damage aber da es jetzt nur der Heiler ist das hat jetzt nicht so viel gebracht und Naja ist im Endeffekt nur dafür da um äh Ziril zu beschützen weil ich halt wie gesagt nicht wollte dass der stirbt bevor ich nicht Akuma irgendwie rauskriege weil das dann doch schon undankbar wäre weil dann habe ich nämlich kein der Boni entfernt und das wird dann ganz lange und heikle Nummer so du bist weg jetzt können wir hier auch nochmal unsere letzte Waffe feuern dann haben wir das auch so ich habe leider keine grünen mehr ich habe aber noch sehr viel rot das wäre auch noch hier äh ich überlege noch ich pack erstmal noch zusammen aber das könnte schon so eigentlich gut funktionieren dann gehen wir nur über den über ähm über Effekte das ist vielleicht auch nicht schlecht Nefren nehmen wir nicht mit weil Negros da ist ne deswegen gewinnen wir als ähm als Heiler gut den Spott ja das 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 Gift von Kusei kriegen alle ab und das von Vepriss eigentlich auch also von daher ist das gar nicht mal so dramatisch schlimm dass da einer ist mit Spott jetzt kommt es im Endeffekt auf die roten Steine an und ich würde sagen wir gucken erstmal direkt dass wir ne eigentlich wollen wir Sarkon zuerst draus haben Sarkon ist einer der undankbarsten Gegner die man haben kann ich habe Dubrinka als äh als Leader gemacht weil wir dadurch ähm dadurch die roten mehr äh Leben kriegen ne die HP um 50% erhöht dann habe ich schon gesehen Vepriss hat sich da schön hochgepusht ne mit dem Mal des Attentäters was sie da auf alle macht da hat sie jetzt 70 Mana für gekriegt das natürlich auch extrem gut ähm ja Sarkon machen wir das Katapult mal gucken Sarkon blockiert 4 3 sind blockiert 1 2 3 das ist doch eigentlich ganz nett mache ich das noch hier bei Sarkon so und dann könnte eigentlich das Gift dafür schon sagen dass er kassiert dann gucken wir mal wie das da weiter geht ja perfekt perfekt genau so sollte es laufen sehr schön jetzt gehen wir hier auf ähm Alexander und lösen da das Mal aus ah zack machen wir das nochmal hier alles an machen auch nochmal Usai feuern die Waffen auf ihn also hier hätten wir theoretisch auch keine Waffen gebraucht ne ach so da auf den geht es jetzt noch ja gut ich wollte eigentlich dass du da hinten hingehst aber von mir aus ja hier brauchen wir gar nichts mehr auslösen der ist jetzt sowieso tot ok jo also Waffen hätten wir jetzt hier auch nicht gebraucht ne aber für den Fall so jetzt sind da noch alle dabei das ist gut ne ja doch in grün können wir theoretisch doch noch was stellen pass mal auf ähm sollte eigentlich ja gut das ist natürlich sehr defensiv ne wir haben Gera dabei da brauchen wir dich eigentlich nicht das heißt wir stellen da gar nicht mit grün wir nehmen unser Sarkon Gladiosa Team mit wenn wir Neffre ruhig machen und packen noch Roger dazu der regelt nehmen wir die Waffen mit und dann machen wir den letzten Angriff dann noch auf den Turm oder den letzten wenn dann da noch einer übrig ist so wir gehen von mir aus auf ihn hier ich weiß nicht genau nehmen den einfach mal ok 2 betäubt gewinn ist nicht betäubt das ist aber auch nicht schlimm oh machen wir jetzt bitte nicht die ganzen Lila dann kaputt da so so und so und dann können wir gleich feuern auf geht's auf geht's er ist noch eine Runde betäubt dann gucken wir mal was er hier für ihn hier ein bisschen ach er widersteht allem ok er ist ein richtig krasser Dude dann lassen wir das erstmal so auf sich beruhen und gucken mal was da kommt das tat schon ein bisschen weh naja es ging ordentlich auf die 12 bei euch so wir hauen hier mal eine Waffe drauf wir hauen hier mal eine Waffe hin und hier mal noch verteilen wir überall damit sie alle gleichermaßen dann drauf gehen wenn wir dann weiter das Gift dann feuern und da gehen wir mal mit dir drauf so machen wir das so und so dann haben wir das Gift zumindest dann haben wir Sarkon und Gladiosa wieder das wirkt jetzt hier überall ein bisschen sehr schön Gladiosa geht mal da hinten hin Sarkon geht auf alle und dann sollten wir das in der Tasche haben Ah er wollte nicht er muss aber und tschüss ok perfekt hier räumen wir leer da greifen sie jetzt bei uns an und dann gehen wir hier auf den Turm und machen da noch unseren letzten Angriff hm 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 natürlich doof ne hier mit Rot kannst du nicht reingehen weil da zwei blaue sind hier ist Doppelwiederbelebung ich hab keinen Necros mehr da ist auch Doppelwiederbelebung dann bleibt ja fast nur der hier dann bleibt ja fast nur der hier was haben wir denn noch Schönes Heiko nehme mit wir nehmen dich mit ah schöner Heiler habe ich jetzt in dem Fall vorne ist für den Spott ah Frank noch mit ah Frank noch mit mit den Angriffswert ok er kann betäuben mal des Attentäters ihn versuchen wir wieder raus zu hauen Elgert den kann ich absolut nicht nicht leiden der muss als erstes eigentlich raus durch die Waffen wenn das ist dann sind wir eigentlich gut dabei da hier noch Mana Gain ok ich mach erstmal so meine Matches und dann sehen wir mal was wir uns alles ansammeln können dann machen wir das so so ok gucken wir mal machen wir erstmal das Katapult nur auf sie ok dann hauen wir ihn raus so tschüss dann ist sie jetzt so die nächste auf dich hier du ziehst mal alles auf dich jetzt ok gut da wurde übersprungen sehr gut schön wir blockieren wir blockieren die Heilung weil da kommt nämlich immer sehr viel Heilung durch wie man gerade gesehen hat die heilen alle immer so ein bisschen du machst nochmal den Spott ruhig auf dich weißt das ich hab ja hier auch noch was so da kommen wir uns um ihn hier da zieht ja auch das mal dann wieder was von ab und heiko könnte jetzt mal so langsam eigentlich auch mal auslösen oder mach mal ehrlich ist ja schon fast zu spät wann der hier mal an Anzug kommt jetzt ganz viel Zauberschild naja nicht so geil auch nicht betäubt okidoki dann gucken wir mal weiter oh sie hat nicht viel Leben das ist natürlich gut so einmal können wir gleich und das sollte eigentlich der finale Touch sein für die astrale Heldin wenn wir jetzt hier das achso ey er hat keinen Mana mehr er hatte doch gerade Mana er war doch gerade am Start ich wollte nämlich sagen dann kann ich nämlich da drauf feuern mit dem Special und dann ist es gut aber anscheinend war er noch nicht bereit ja wir feuern drauf naja ist egal scheiß auf das Schutzschild wir wollen da drauf feuern und dann was wir haben so er hat ja volles Leben ne hat er nicht hat er nicht mehr oder hat er nicht gemacht ach es fehlen 200 ach du glaubst es nicht ach dann ist es nicht eigentlich hätte Nick sowieso widerstanden und dann Freunde haben wir es geschafft ok gut haben wir eingenommen sehr schön haben wir ein paar Punkte äh gut gemacht jetzt müssen sie erstmal kommen jetzt sind wir 2100 Punkte vor die müssen erstmal jetzt äh zurückerobern ne wir sind ja wir haben ja auch ein bisschen was das ist aber auch weil die anfangen äh also als es los ging praktisch ne als der Krieg los ging war ja für uns Europäer Schlafenzeit sozusagen und die Amerikaner haben dann haben dann hier angefangen wir haben nur so ein bisschen dagegen gehalten und jetzt pennen die und jetzt kommen wir halt ne jetzt haben wir eingenommen also ich bin gespannt ist noch nichts entschieden fünfeinhalb Stunden noch ähm extra gucken das letzte Mal haben wir gewonnen gegen In This Together ich hoffe dieses Mal auch wir werden es sehen vielen Dank fürs zuschauen machts gut wir sehen uns im nächsten Video Ciao Ciao wir sehen uns im nächsten Mal wir sehen uns im wir sehen uns im bei uns im wir sehen uns im wir sehen uns im